Ja hallo liebe Pferdefreunde, ich freue mich euch in so einer reichlichen Anzahl heute Abend begrüßen zu dürfen bei unserem ersten gemeinsamen Webinar von Rilex BioCare und Sankt Hübolit. Ich möchte mich euch kurz vorstellen, mein Name ist Katrin Ehrlich, ich bin Gründerin von Rilex BioCare, Produktentwicklerin und habe vor einigen Jahren durch das Sommerexem meine eigenen Pferde angefangen. Mir gibt es viele Gedanken zu machen, auch eigene Studien, eigene Beobachtungen und möchte euch einfach daran teilnehmen lassen. Also ich bespreche erstmal alle Beobachtungen, die wir haben über das Sommerexem der Pferde, über die Symptome, über die Auslöser von Sommerexem. Ich möchte auch über Allergien verstehen und vermeiden sprechen, damit wir sensibilisiert werden als Pferdebesitzer, wie wir mit unseren Pferden am besten umgehen. Natürlich um die Maßnahmen und um die Pflege, dann auch um andere Hauterkrankungen für die Differenzialdiagnostik, damit wir auch die anderen Hauterkrankungen im Sommer gut unterscheiden können. Danach kommen die Julienne Küsters von Sankt Tybolit und berichtet noch über die Pferdefütterung, damit wir auch einen schönen, ganzheitlichen Vortrag Ihnen präsentieren können. Sommerexem ist eine Allergie gegen Mückenstiche, das werden alle von euch schon wissen. Sommerexem ist eine entzündliche, chronische, immer wieder erkehrende Krankheit und eine Allergie vom Typ 1, das heißt eine Allergie vom Sofort-Typ. Wenn die Fliegen eben stechen, dann wird sofort reagiert. Das ist dann bei einer Allergie Typ 1 ganz normal. Die Disposition ist vererblich, das heißt wir haben die Veranlagung, die tatsächlich vererblich ist, aber das ist trotz allem nicht immer feststellbar. Wenn die Eltern oder Großeltern der Pferde eine Allergie entwickelt haben, heißt es noch lange nicht, dass die Nachzucht danach auch eine Allergie entwickelt. Von daher kann man da nicht immer unbedingt darauf hinweisen und die Rasse danach aussuchen. Das Nachweisverfahren, ob sich ein Eczem entwickelt, ist umstritten. Das heißt, man kann natürlich nachweisen, ob eine Allergie entstehen kann. Das heißt, ob eine Disposition vorhanden ist, eine Veranlagung vorhanden ist. Aber es ist auch da so, dass eine Allergie nicht unbedingt dann ausgelöst wird. Die Symptome kennen vielleicht viele von euch ganz gut. Es ist so, dass die Insekten erst stechen bzw. beißen in die Haut stellen. Das ergibt wiederum diesen Juckreiz. An Kopf, Mähnen kamen schweifröbel sehr oft betroffen, Bauchnaht. Daraus durch diesen Juckreiz erfolgt dieser Haarverlust, entzündete, nässende Stellen oder Krusten, Wunden. Und das wiederum schädigt die Haut so, dass die Insekten noch mehr stechen können, noch besser auf diese Stellen sich setzen und dann auch weiter den Juckreiz verursachen. Dann entwickeln sich daraus oft Bakterien und Pilze. Und da ist wieder durch diesen Juckreiz neue Entzündungen in Folge. Und dieses Entstehen wird dann auch oft immer schlimmer und hört nicht auf. Hier sehen wir ein paar Bilder von so typischen Sommerexempferden. Das heißt, wir haben hier den Schimmel, der tatsächlich als Schimmel schon von der Farbe her und von der Hautempfindlichkeit her oft prädestiniert ist, schneller gestochen zu werden, sage ich mal. Dann, wir haben hier den typischen Juckreiz am Mähnenkamm. Man sieht da auch schon die Folgen am Kopf und in den Ohren. Das hier ist eine mir bekannte Warmblutstute aus dem Ohrenwald. Die hat tatsächlich auch nur ein reines Sommerexem gehabt, war auch eingedeckt und ist durch Mückenstiche so gequält worden, dass er sich wirklich am ganzen Körper jucken musste. Hier haben wir noch Symptome. Und zwar ist das typisch links, ist die Schweifrübe von einem Pferd. Da sieht man auch schon die Hautfalten, die sich gebildet haben durch diese schwere Beanspruchung der Epidermis, der oberen Schutzschicht der Haut. Bei dem zweiten Pferd, das ist ein Isländer, da ist vor allem der Kopf und die Ohren betroffen. Und bei diesem Schimmel rechts, da fängt es langsam an. Auch da kann man, wenn er sich im Sommer einfach nur an kleinen Stellen lügt, kann man schon von einem anfangenden Eczem durchaus sprechen. Die Auslöser des Eczems sind Gräbelmücken und Knitzen, aber auch andere Stechmücken können beteiligt sein. Es ist so, dass nur die Weibchen blutsaugend sind beziehungsweise sich in die Haut stechen, um dann ihr blutgerinnendes Protein in die Haut zu bringen. Dieses Protein ist dann das, was diesen Juckreiz auslöst. Besonders sind diese Mücken gerne in Feuchtlösung, Gebieten unterwegs, das heißt in der Nähe von Flüssen oder Bächen und Seen. Da ist es ganz besonders schlimm, weil sie da ihre Eier ablegen. Die Gräbelmücken und Knitzen sind vor allem in der Dämmerung unterwegs. Da sind sie nochmal besonders stark und da komme ich auch später nochmal dazu. Da empfehle ich natürlich sehr, Insektenschutzmittel beziehungsweise Pflegemassen haben, in der Dämmerung zu treffen. Die stärksten Monate, das ist jetzt, der Mai. Viele mit Eczempferden werden schon den Start mitbekommen haben. Das hat jetzt angefangen, vor allem jetzt am Wochenende am letzten, da war es sehr warm. Von Anfang April bis Mai, je nach Klima, ist die stärkste Zeit. Und nochmal September, Oktober. Da wollen die Weibchen nochmal Nahrung zu sich nehmen für ihre Eiablage. Da sind sie auch sehr stark. Sie fliegen auf Geruch die Beute an. Das ist sehr wichtig und sehr gut, weil wir können uns als Mensch das zu Nutzen machen, unsere Tiere zu schützen und entsprechend die Pflegemaßnahmen da einzusetzen. Welche Pferde sind denn besonders betroffen? Also es ist natürlich bekannt, dass Isländer betroffen sind. Wir haben Kalbblüder, wir haben ursprüngliche Rassen. Wir haben viele Spanier, Araber, Ponyrassen, die betroffen sind. Wirklich tatsächlich Tinkerfriesen auch. Die Warmblüder eher seltener, aber auch die werden immer stärker im Befall von Sommerexem in der Erkrankung. Wir haben weltweit die Zahl von 5 bis 10 Prozent aller Pferde, die inzwischen betroffen sind von Sommerexem. Bei importierten Isländern spricht man von 50 bis 60 Prozent der Importpferde, die ein Eczem entwickeln. Manchmal auch erst ein Jahr nach dem Import. Geschlechtsunterschiede gibt es keine. Also wir haben Hengstestuten und Wallache gleichermaßen, die an Eczem erkranken. Und die Altersunterschiede bei der Erkrankung vom Eczem sind auch groß. Das kann in jungen Jahren passieren. Das kann auch bei alten Pferden erst vorkommen. Aber die meisten Tiere entwickeln ein Eczem im Alter von vier bis acht Jahren. Ja, da fragen wir uns, warum entwickeln die Pferde denn ein Eczem? Warum kann denn sowas passieren? Zumal die Beobachtungen tatsächlich so sind, dass die Wildpferdeherden, also zum Beispiel auch die Mustangs und die Diamöner Wildpferde in der Herde, in der Natur, kein Eczem und keine Allergien entwickeln, auch keine Atemwegserkrankungen sind bei unter einem Prozent. Aber sobald die dann in die Ställe und zu uns Menschen kommen, entwickeln die dann Allergien oder Sommerexem. Die Pferde werden natürlich Ereignisse, das heißt Stress ausgesetzt oder auch andere Futtermittelzusätze, andere Dinge, die in der Natur nicht vorkommen und die scheinbar in geballter Form zu einer Überlastung des Organismus führen können. Und das wollen wir uns heute mal ganz genau anschauen. Durch zu viele körperfremde Giftstoffe können sich Allergien entwickeln. Das wissen wir. Das wissen wir auch von den Menschen. Und wir wissen auch, dass es zum Dauerstress vom Immunsystem führen kann. Und ein Dauerstress vom Immunsystem kann zu einer Überreaktion des Immunsystems führen. Auch genau zu beobachten war, auch in den Studien, die ich auch schon vor Jahren gemacht habe, ich hatte auch selbst 120 Pferde befragt, dass tatsächlich 80 bis 90 Prozent der Pferde an Sommerexem erkranken, nach einem Stallwechsel oder nach einem Import. Da ist auf jeden Fall das Faktum Histaminausschüttungsstress ein riesengroßer. Und auch den wollen wir uns heute genau anschauen. Ich bin auch immer dabei zu sagen, wenn ein Pferd gekauft wird und es hat plötzlich ein Eczem entwickelt, kann es tatsächlich sein, dass der Vorbesitzer gar nichts von dem Eczem wusste. Das Pferd aber durch diesen Transport und durch diesen Stress erst dann dieses Sommerexem entwickelt hat oder eine Allergie oder es eben auch erst nach ein paar Monaten, wenn das im Winter gekauft wurde, entsteht. Allergien allgemein werden begünstigt durch ein geschwächtes Immunsystem. Natürlich, da haben wir wieder dieses Thema Stress in jeder Form. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der das Immunsystem stresst. Zusammen mit ungeeigneten Futtermitteln, mit hormoneller Umstellung wie eine Kastration, Operationen oder Medikamentengaben oder eben oft alles auf einmal kann schwierig werden. Impfungen und Wurmkuren in Zusammenhang mit einem Stress und mit einem Stallwechsel ist ein ganz großes Thema. Das wird oft alles gemeinsam gemacht. Und die Umweltgifte spielen da natürlich auch noch eine größere Rolle. Also da muss man auch wirklich genau anschauen, was wir unserem sensiblen Herdenflucht- und Steppentier da antun oder beziehungsweise mit was wir seinem Körper belasten. Das alles kann eine erhöhte Histaminausschüttung zur Folge haben. Und das ist natürlich dann auch oft und schnell der Auslöse für eine Allergie. Also was genau passiert bei einer Allergie im Körper? Der Körper merkt sich ein Allergen und ist dann ständig in Alarmbereitschaft. Durch eine überhöhte Histaminausschüttung ist das Immunsystem dann eben ganz oben, tut sofort bei dem nächsten Allergieauslöser oder Fremdprotein oder einem Giftstoff in jeder Form falsch reagieren. Und die überschießende Immunabwehr wird dann erfolgen auf normalerweise harmlose Stoffe. Bei Stress ist tatsächlich die Histaminausschüttung im Darm noch um ein Sechs- bis Neunfaches erhöht. Und wir haben auch bei dem Thema Histaminintoleranz, was wir auch bei den Menschen kennen, auch bei den Pferden ein Problem. Und da ist auch oft ein Enzym, das für den Abbau von Histamin verantwortlich ist, durch verschiedene Faktoren unter anderem auch Medikamentengaben durchaus möglich. Wir haben hier eine Folie von dem Professor Dr. Thein. Der ist Mikrobiologe und Virolog und selber Impfstoffentwickler. Der hat mir die zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Da wird einmal aufgezählt, dass tatsächlich bei einer Allergie vom Soforttyp auch nach einer Impfung, zum Beispiel nach Antibiotika oder Begleit- und Hilfsstoffe eine Reaktion erfolgen kann. Und auch da sind wir wieder auch bei Eiweißen, die auch hier zu einer Allergie führen können. Also dieses Fremdeiweiß in Impfstoffen, denaturiertes Eiweiß und eben auch der Zusammenhang mit der Reaktion auf die Mückenstiche, da kann man vielleicht schon eine Verbindung feststellen. Das Immunsystem, genau was wollen wir machen? Also wir wollen natürlich helfen, wir wollen unseren Pferden helfen. Und da geht es unbedingt ums Immunsystem zu stärken. Das Immunsystem stärken beim Pferd ist auch hier wieder umgekehrt, die Stabilität in der Herde. Wir wollen natürliches, gutes Futter geben. Wir brauchen gutes Heu, was die Grundlage ist von jeder Pferdefütterung. Dazu kommen aber auch die Julien nachher noch zu der genauen Fütterung. Eine gesunde Darmflora ist auch sehr, sehr wichtig. Artgerechte Haltung, Lichtluft und Bewegung und natürlich auch eine möglichst naturheilkundliche, artgerechte Behandlung. Und wir wollen natürlich auch diese Giftstoffe vermeiden. Bei den Toxidenmeiden rate ich auf jeden Fall zu einer selektiven Entwurmung. Das heißt, es wird entwurmt nach Befund, nach Kotprobe, dass wir auch Resistenzen vermeiden können und da auch den Pferden auch nur das geben, was auch unbedingt nötig ist. Das heißt, wir wollen nur entwurmen, auch wenn es nötig ist, dass die Tiere nicht zwei bis vier Mal im Jahr eine Wurmkurbe kommen, obwohl die keinen Wurmbefall haben. Das ist heutzutage bekannt. Das sollte man einfach nicht mehr machen. Es wirkt belastend und sollte reduziert werden, gerade bei allergischen Tieren. Bei Impfungen ist dasselbe der Fall. Da muss auch genau geschaut werden, dass es möglichst keine Kombiimpfungen gibt. Und vor allem eben diese Idee, zusammen mit dem Stallwechsel oder auch mit Reitturnier, mit Import, dass man dem Pferd Zeit gibt, sich einzugewöhnen, dass man dann wirklich auch die ganzen Dinge, die neu sind, versetzt macht. Das heißt, Futterumstellung langsam, 14 Tage Zeit lassen nach dem Stress mit der Impfung und dann vielleicht die Wurmkur auch 14 Tage später. Und dann haben wir schon wirklich einen wesentlichen Faktor genommen und da wirklich dem Tier vorgebeugt. Wir wollen natürlich die Haltungsbedingungen optimieren. Das heißt, die Allergieauslöser fernhalten. Denn wo es Insekten gibt, gibt es natürlich kein Sommereczem. Feuchte Gegenden ziehen, wie vorhin schon gesagt, die Insekten an, da die auch ihre Eiablage in diesen feuchten Gebieten vollziehen. Der Kot, der sich auf Weiden sammelt, ist natürlich für die Mücken herrlich. Und da sollte man auch darauf achten, dass die Tiere möglichst von diesen Mückenklagen befreit sind durch den Kotbefall. Und wir wollen natürlich auch helfen im Sommer, wenn es ganz schlimm ist, mit einem Unterstand oder eventuell sogar mit einem Plätzchen in einem Stall, wo die Mücken nicht so drankommen und die Pferde da auch ein bisschen Ruhe bekommen. Windige Regionen sind auf jeden Fall besser. Viele Tiere wurden ja schon nach Norddeutschland gebracht, weil es da kein Sommereczem oder weniger Sommereczem geben soll. Das liegt einfach daran, dass da immer ein Wind herrscht. Da gibt es schon auch Sommereczempferde, aber sie sind natürlich, wenn dauernd Wind ist am Meer, sind die Gräberwürgen bei Weitem nicht so stark wie in winkelschützten Gebieten. Wir wollen auf jeden Fall die wichtigste Maßnahme uns noch mal genauer anschauen. Und zwar ist das, die Insekten fernzuhalten. Also bei jeder Allergie geht es darum, die Allergene fernzuhalten, die Insekten fernzuhalten. Und es ist auch so, dass wenn nichts gemacht wird, die Allergie oft jedes Jahr stärker wird. Das heißt, wenn keine Prophylaxe getrieben wird, kann es sein, dass sich das immer wieder verstärkt. Genauso kann es aber sein, und das ist die gute Nachricht, dass wenn gut gepflegt wird, wenn die Insekten ferngehalten werden, dass die Histaminausschüttung unten gehalten wird, dass man fast bis zur Symptomlosigkeit die Pferde behandeln kann. Und deshalb ist es sehr wichtig, gleich beim ersten Stich zu reagieren und die Pferde möglichst zu behandeln. Und da reichen tatsächlich fünf bis zehn Minuten Pflege am Tag aus, um da wirklich große Erfolge zu haben. Ich bin dein Freund von Insektenschutzmitteln und eben Pflegemitteln auf natürliche Basis, weil ich sage, wir wollen unsere Pferde, die sowieso schon belastet sind, die sowieso eine Allergie haben, nicht noch zusätzlich mit chemischen Substanzen belasten, die über Lebe- und Niere abgebaut werden müssen und die eventuell auch die Histaminausschüttung noch zusätzlich erhöhen können. Und da ist einfach dieser Ansatz, der ganze Ansatz von der Firma Relax BioCare, zu sagen, wir brauchen für Pferde natürliche Produkte und wir wollen die chemischen Substanzen vermeiden, weil unsere Pferde sollen damit einfach nichts zu tun haben und möglichst natürlich unterstützt werden. Da stelle ich euch gleich direkt unsere Mückenmilch vor. Das heißt, das ist eigentlich unser wichtigstes Produkt. Damit hat auch die ganze Firma angefangen, weil die sich so gut verkaufen ließ und die Pferde die auch so sehr gut akzeptieren, wie man an dem Limonero hier sieht. Wir haben einen Insektenschutz, der nicht nur sehr gut riecht, sondern tatsächlich auch sehr gut verträglich ist. Wir arbeiten da mit zehn verschiedenen Ölen. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Die stelle ich vor. Die tägliche Anwendung bei Sommerexempferden ist auf jeden Fall ein Muss. Und wenn wir die morgens und abends, aber auf alle Fälle abends vor der Dämmerung, den Sommerexempferden auftragen, können, ich sage mal, die meisten Pferde, ich rede von schätzungsweise 80 Prozent, ohne Decke stehen. Ich bin nicht so der Freund von den Pferdedecken, weil die einfach kein Licht an die Haut lassen. Und da haben wir mit der Mückenmilch natürlich bessere Möglichkeiten. Die Mückenmilch wirkt bei Mücken, wie sie schon sagt, also auch bei den Kribbelmücken und bei den Knitzen besonders gut, bei Bremsen, Zecken und Hirschlaßfliegen. Und genau für die Sommerexempferde ist die auch so gemischt worden. Die zehn wertvollen Öle, die drin sind, sind unter anderem Zedern, Lavendel und Zitronen-Eukalyptusöl. Zitronella und das Ganze verbindet sich mit diesem Trägerstoff von Sonnenblumenöl. Es sind noch auch weitere Öle enthalten, wie Nelke und Anis, die sind hier nicht aufgeführt. Die sind dann in kleinen Mengen auch noch beigemischt. Diese tollen natürlichen Öle, Pflanzenöle, haben ein riesengroßes Wirkungsspektrum. Wie wir kennen, wie wir wissen, wirkt Lavendel ganz besonders toll. Haut beruhigend, Insekten fernhaltend eben und auch die anderen Öle gemeinsam wirken noch antibakteriell entzündungshemmend und antimikotisch, also auch vorbeugend gegen Pilze, sodass wir eigentlich mit der Milch einen richtig tollen Rundumschutz haben für die Pferde im Sommer. Dazu ist das wichtigste Produkt die Zemlotion. Das ist eine hochwirksame Hautpflege. Die Zemlotion, das sage ich, ich erzähle das immer, dass sie fünf Jahre in der Entwicklung gebraucht hat, bis die so gut wurde, dass ich wirklich sagen kann, die hilft sehr, sehr gut. Vor allem lässt sie sich auch gut anwenden, gut auftragen, wird gut angenommen von den Pferden und die kann wirklich extrem viel. Mit Calendula-Extrakt und Öl, Mandelöl, Hamamelis, haben wir da tolle Wirkstoffe drin, die den Pferden helfen. Wir haben bei Calendulaöl Hautpflege, wir haben Mandelöl drin für die Geschmeidigkeit der Haut. Hamamelis wirkt jukreizstillend. Niemblätter-Extrakt ist super bei Parasitenbefall. Pantenol ist feuchtigkeitsregulierend. Lebermoosextrakt wirkt vorbeugend und bei Hautpilz- und Bakterienbefall. Und die anderen Öle, hatten wir eben schon besprochen, wirken einfach Insektenabweisend und hautberuhigend. Und sie, wie gesagt, klebt auch nicht. Aufzutragen ist die Zemlotion ganz einfach. Also man nimmt einfach einen Strahl von der Spitze vorne und fährt an der Mähne entlang. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit den Mähnenkamm, wie wir hier einspieren wollen, massieren das auf und machen das jeden Tag neu drauf. Also einmal am Tag reicht normalerweise bei den meisten Pferden auch aus. Für Gesicht, für Bauchnaht und für alle anderen Körperstellen ist sie auch geeignet. Und zusätzlich sollen wir dann natürlich noch mit Mückenmilch einsprühen. Die Zemlotion ist der Schutz für Mähnenkamm und für Bauchnaht, für die Schweifrugel, für die Stellen, die besonders betroffen sind. Und für den Ganzkörperschutz nehmen wir unsere Mückenmilch, die auch da einfach unterstützend wirkt. Das sind die beiden wichtigen Mittel, die wirklich ganz, ganz einfach anzuwenden sind. Dann zeige ich euch noch kurz dieses Niemöl-Shampoo. Also ist es natürlich schon so, dass es so einen leichten Film gibt mit der Zeit. Und je nach Wetterlage und wie sehr sich die Pferde wälzen, ist es gut, wenn man ab und zu mal reinigt. Da empfehle ich euch das Niemöl-Shampoo, weil das auch einen leichten Insektenschutz bedeutet. Und natürlich diese Reinigung zusammen mit Niemöl, Hautpflege, mit Aloe Vera, noch zusätzlich die Pferde unterstützt. Also dieses Waschen nach Bedarf. Aber ich würde sagen, so alle vier Wochen, alle zwei bis vier Wochen würde ich das auf jeden Fall noch zusätzlich empfehlen. Hier nochmal die drei Produkte. Also wir haben diese Mückenmilch für das ganze Pferd. Am besten morgens und abends einsprühen, aber wenigstens einmal am Tag. Wir haben die Zem-Lotion für die betroffenen Hautstellen. Und wir haben das Niemöl-Shampoo für das Waschen. Und die Mähne und den Schweif auch nochmal von den Resten der Zem-Lotion alle 14 Tage bis vier Wochen auszuwaschen und zu befreien. Ja, jetzt sind wir schon mal mit dem Thema Sommereczem soweit durch. Ich möchte euch aber auf jeden Fall hier noch weitere Hauterkrankungen zeigen, damit wir auch die Krankheiten differenzieren können. Jetzt kommt die Diagnose Hautpilz beim Pferd. Das haben vor allem immunschwache Tiere, Fohlen, wie auf dem Foto. Das ist ein sehr typisches Bild von einem Fohlen mit kahlen Stellen, mit Krusten in der Mitte oft. Und die treten auch oft diese kahlen Stellen flächig auf. Das heißt, dieser Hautpilzbefall ist auch ganz typisch und eben auch für Fohlen und Absetzer sehr oft zu sehen. In diesen Stellen, in diesen Absetzerherden, sind die auch sehr übertragbar. Das heißt, die immunschwachen Tiere sind mehr befallen wie junge Tiere, wie alte Tiere. Kann übertragen werden, muss aber nicht übertragen werden unbedingt, weil es eben dann doch, wie gesagt, nur die, hauptsächlich die immunschwachen Tiere betrifft. Füchse sind mehr befallen wie andere Tiere, aber es kann natürlich jede Fellfarbe betreffen. Wir haben mit unserem Lebermose-Extrakt ein Hautstärkungsmittel, was ganz besonders gut ist bei Hautpilzbefall. Es ist sehr, sehr, sehr gut verträglich. Und wir nehmen Mose dafür, weil Mose selbst als Pflanze sich über Jahrmillionen dazu entwickelt hat, gegen Pilze und gegen Bakterien eigene Stoche zu bilden. Wir nutzen das für unsere Pferde als Pilzmittel oder eben auch zur Hautstärkung bei Hautpilzbefall. Kalendula-Extrakt haben wir da auch noch mit enthalten, damit wir da auch noch eine zusätzliche Hautstärkung bekommen bei Verletzungen und bei angegriffener Haut, so wie Pandenol, was dann die Feuchtigkeitsregulierung auch noch verbessert. Also da ist auf jeden Fall, wir haben hier ganz, ganz viele Erfolge und das Produkt gibt es auch schon seit circa zehn Jahren. Also wir sind da ganz zufrieden damit. Dann haben wir bei den Pferden ein ganz, ganz häufiges Problem, vor allem auch im Frühjahr und im Herbst. Es kann aber auch im Sommer sein, deshalb nehme ich das jetzt mit rein. Wir haben ganz oft ein Milbenproblem bei Pferden. Es ist nicht zu unterschätzen, die Milben sind nicht nachweisbar oder schwer nachweisbar. Also man kann ein Hautgeschapsel machen, man kann Euron-Tese-Abklatsch machen, aber das ist nicht immer so, dass die Milben da auch gerade sitzen, wo das Hautgeschapsel gemacht wurde. Das heißt, ein negativer Befund heißt nicht, dass Milben ausgeschlossen werden können. Das steht auch so immer unter der Laboruntersuchung. Die Milben schalten der Haut großflächig. Also es sieht auch aus, als wäre das Fell dann ganz gerupft. Milbenbefall lässt sich oft erkennen durch Schuppenbildung, weil die Milben unten an der Haarwurzel sitzen und sich quasi satt fressen an den Haarwurzeln. Dadurch gehen die Haare mehr aus und sie verteilen sich dadurch einfach stärker. Das kann den ganzen Körper betreffen, der Milbenbefall. Und wir haben es bei den langhaarigen Kaltblütern, Tinkerfriesen ganz oft, dass es erst im Fesselbereich anfängt und sich dann bis auf den ganzen Körper ausbreitet. Die Milben, die lassen sich nicht wegfüttern, aber wir wollen natürlich das Immunsystem stärken und auch die Haut noch über die Fütterung zusätzlich stärken. Hier ist so ein typischer Milbenbefall. Also man sieht an diesem Pferd die haarlosen Stellen, die nicht kahl sind, sondern wirklich wie angefressen am ganzen Körper sich ausbreiten können. Hier sieht man auch die Schuppen in der Schwalfrübe. Und diese gelben Stellen sind auch typisch für den Milbenbefall. Wir haben an der Gruppe hinten bei dem Pferd einen Bakterienbefall. Also da wird tatsächlich nach dem Scheren, konnte man dann gut erkennen, dass da auch noch andere offene Stellen sind. Und da ist dann auf jeden Fall unser Lebermoos- und Niemenspray das Richtige. Wir haben dem Lebermoosextrakt, was wirklich ein ganz großes Wirkungsspektrum hat, ist noch Niemöl hinzugefügt, was ein tolles Produkt ist bei der Milbenbehandlung. Das unterstützt das sehr gut und das kann wirklich verwendet werden, wenn wir nicht genau wissen, ob es ein Sommereczem ist, ob wir mit Milben zu tun haben oder mit Hautpilzbefall. Da haben wir ein tolles Produkt, was eben wirklich auch ganz, ganz viel kann. Dann kommen wir zu der Uticaria, zu der Nesselsucht. Da sieht man auf dem Bild, dass es eine allergische Reaktion gab, wahrscheinlich auf Insektenstiche. Auch hier hätte man gut vorbeugen können mit dem Milcheinsprühen. Aber eine Uticaria kann natürlich auch durch andere Allergien, allergische Reaktionen durch andere Dinge hervorgerufen werden, zum Beispiel auch durch Futtermittel oder durch Medikamentengaben. Die Uticaria ist verbunden, in den meisten Fällen, mit einem sehr schwer schlagen Juckreiz und kann oft verbunden sein, tatsächlich auch mit Fieber, mit Fluchtbestärschwerden, mit Atemnot, mit Schmerzen der Haut und erhöhter Körpertemperatur. Wir wollen dem Pferd auf jeden Fall da helfen. Da gehen außerhalb von natürlich homöopathischen Mitteln, würde ich Ihnen da empfehlen, dass wir da mit der Sommerlotion einfach nicht nur auf die Insekten einwirken können, sondern da kühlend vorgehen. Da sind auch die ätherischen Öle der Mückenmilch enthalten mit Panthenol, was dann zusätzlich die Haut noch pflegt und die Haut kühlt, rückfettend ist und auch sehr, sehr groß Juckreiz stillende Wirkung hat. Mit Panthenol wird die Haut dann nochmal gestärkt und man kann da wirklich dem Pferd Gutes tun, wenn es eben diese Uticaria bekommen hat. Die Sommerlotion ist auch super für die Bauchnaht, auch für Pferde, die jetzt kein Eczem haben. Die wirkt ganz toll gegen Insekten, gegen Zecken jeder Art und wirkt eben dazu noch hautpflegend. Dann will ich Ihnen noch die Pferdeerde Calendula und Annika vorstellen. Die Pferdeerde Calendula nehmen wir im Sommer hauptsächlich für Hautirritationen, also zum Beispiel bei Weiß-Sommer-Eczem, wenn da schon offene Stellen sind und man braucht noch eine größere Abdeckung oder auch bei Sonnenbrand. Die Erde wird von dem Pferdebesitzer selbst angerührt, steht da ganz genau drauf, wie man das machen muss. Damit, wenn nicht immer den ganzen Eimer auf einmal anruhen muss, ist es eben genau angegeben. Man kann sich das selbst dosieren und kann sich dann die Erde mit der Tinktur immer selber frisch zubereiten. Da sind keine Konservierungsstoffe drin, aber die hält sich in einem Eimer eben wunderbar lange. Wenn die dann angerührt ist, ungefähr vier bis acht Wochen. Die Pferdeerde Annika wird verwendet bei Schwellungen, wirkt auch sehr kühlend und schmerzlindernd mit Annika-Extrakt. Calendulaöl und Hamamelesextrakt wirkt die Pferdeerde Annika auch juckreitstillend und die wird sehr gerne hergenommen eben für diese Schwellungen nach Insektenstichen, bei Einschuss oder bei Sehnen- und Bänderschaden. Jetzt möchte ich übergeben gerne an die Julienne. Ich würde mich jetzt hier verabschieden und freue mich auf die Julienne, die jetzt für Sankt Ebolid das Thema der Fütterung übernimmt. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich werde jetzt hier an die Thematik anknüpfen und den Bereich der Fütterung übernehmen und werde damit auch im Prinzip die Thematik von der Fütterungsseite abdecken, die hier schon von meiner Kollegin Katrin angesprochen wurde. Ich würde sagen, wir starten dann direkt in die Thematik auch voll rein. Wir sind bei der Haut als großem und ganzen im Prinzip die Haut als Entgiftungsorgan. Wir haben ja verschiedene Entgiftungsorgane in unserem Körper, also Darm, Leber, Nieren vor allen Dingen. Aber eben hier ist die Haut der Mittelpunkt bzw. steht heute Abend im Fokus und deswegen schauen wir uns die Haut als Entgiftungsorgan etwas genauer an. Grundsätzlich lässt sich sagen, die Haut ist ja eine Hülle, die den Körper umgibt. Sie schützt den Körper, das Körperinnere vor äußeren Einflüssen und sorgt auch dafür, dass von außen nichts reinkommt bzw. dass von innen nicht kontrolliert alles nach draußen kann. Das heißt, die Haut übernimmt eine Art Barrierefunktion und es ist wichtig, dass man diese Barrierefunktion einerseits aufrechterhält, aber natürlich auch einen kontrollierten Stoffaustausch gewährleistet. Das heißt natürlich sowas wie Schweiß zum Beispiel oder bestimmte Stoffe, die von außen einbringen können, sind natürlich teilweise auch lebensnotwendig. Aber grundsätzlich haben wir eine gewisse Barrierefunktion, die immer aufrechterhalten bleiben sollte. Wie wir jetzt schon gesehen haben bei Hautkrankheiten, da kann man sich vorstellen, dass diese Hautbarrierefunktion gestört ist. Das heißt, der kontrollierte Stoffaustausch ist nicht mehr so kontrolliert, sondern unkontrolliert. Das heißt, es können Stoffe von innen nach außen und von außen nach innen geraten, die eben lokal an der Haut Reizungen verursachen. Grundsätzlich sollte man sich, wenn es um die Haut geht oder überhaupt um den Körper und um die Funktion der Entgiftung, wenn man sich darüber Gedanken macht, sollte man auf jeden Fall immer dem Grundsatz folgen, was nicht in den Körper gelangt, muss auch nicht entgiftet werden. Das heißt, hier spreche ich natürlich die äußeren Einflüsse an, die teilweise in den Organismus gelangen und die vom Körper dann, in dem Fall auch von der Haut, aufwendig wieder abtransportiert werden müssen. Das heißt, wir haben gewisse Schadstoffe, die über die Haut abtransportiert werden können. Dazu zählen hier zum Beispiel Pestizide oder auch spezielle Waschungen mit Tierarzneimitteln, die zwar einerseits natürlich erstmal helfen sollen, aber auch durchaus schädlich sein können. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, wenn man Hautprobleme zu tun hat beim Pferd, dass man sich nicht nur überlegen sollte, wo kann das jetzt von innen herkommen, sondern auch, was trage ich von außen auf. Und das macht natürlich nochmal die Bedeutung natürlicher Pflegeprodukte, bringt das noch einmal näher. Aber wir wollen uns natürlich jetzt erstmal auf den inneren Faktor konzentrieren. Das heißt, hier geht es ja im dritten Kapitel um die Fütterung. Also wir wollen schauen, was ist innerhalb des Körpers, was ist da aus den Fugen geraten, was ist passiert, wieso ist diese Hautbarrierefunktion nicht mehr aufrecht. Und dazu müssen wir uns erstmal einmal bewusst machen, dass ja die Haut zwar auch als Entgiftungsorgan, aber die Hauptentgiftungsorgane Leber und Nieren sind. Leber und Nieren haben einen wirklich eine großartige Arbeit zu leisten. Und man darf das nicht unterschätzen, was da an Probleme auftauchen, beziehungsweise was eben an Schadstoffen von außen in das Pferd eingetragen wird. Also über die Haut, natürlich auch über die Nahrung, also zum Beispiel verdorbene Futtermittel oder auch Schwermetallbelastungen, über die Wassertränke. Das heißt, das alles muss der Körper bewerkstelligen können und die Entgiftungsorgane, also allen voran Leber und Nieren, müssen dem Herr werden und diese toxischen Stoffe unschädlich machen. Nun kann es aber sein, dass Leber und Nieren überlastet sind. Das kann zum einen daran liegen, dass eben zu viel Schadstoffe in das Pferd gelangen. Zum Beispiel, wenn jetzt wirklich eine Charge verunreinigtes Heu vorliegt, dann ist das natürlich ein sehr großer, über der Norm liegende Schadstoffeintrag, den man dann hat. Und natürlich gleichzeitig kann es auch sein, dass einfach eine Mangelernährung vorliegt, gerade im Bereich der Mikronährstoffe. Es kommt dann dazu, dass Leber und Nieren irgendwann überlastet sind und diese große Entgiftungsfunktion nicht mehr so adäquat ausüben können. Sprich, dass die Schadstoffbelastung einfach zu groß ist und einfach teilweise die Faktoren, die Kofaktoren für den Entgiftungsvorgang liegen. Irgendwo braucht natürlich dann der Körper ein Ventil, um mit diesen Schadstoffen umgehen zu können. Und oft wird das dann auch über die Haut nach außen getragen. Und eben wenn das alles überhand nimmt, dann kann es eben zu diesen lokalen Hautproblemen kommen. Vor allen Dingen dann, wenn auch entsprechende Kofaktoren, auf die gehe ich gleich noch näher ein, wenn diese eben fehlen in der Ration. Das heißt, es macht durchaus Sinn, dass man, wenn man ein Pferd mit Hautproblemen hat, auch immer gleichzeitig wieder, immer wieder hinterfragt, ob das Pferd auch wirklich im Mikronährstoffbereich ausreichend versorgt ist. Und es ist generell nicht verkehrt, dass man die gesamte Ration einmal überdenkt und sich gegebenenfalls natürlich auch Rat bei einem Fachmann sucht und da entsprechend dann die Ursache für diese Problematik begreifen kann und verhindern kann langfristig. Wenn man sich nun jetzt die Ration etwas näher anschaut, worauf muss man achten? Also was für Ansprüche hat man an die Ration, wenn eben, wie gesagt, die Haut irritiert ist, sei es jetzt durch Sommereczem oder durch Mauke oder auch ein Parasitenbefall, der ist natürlich auch, also beziehungsweise Parasiten haben ja auch eher leichtes Spiel, wenn die Hautbarrierefunktion gestört ist. Das heißt, man sollte auf jeden Fall grundsätzlich die Ration überdenken. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen, worauf man achten sollte. Zum einen wäre es sinnvoll, dass man auf hypoallergene Futtermittel umsteigt, also auf nicht allergieanfällige Futtermittel. Einerseits sind hier moderate Getreidemengen zu verzeichnen. Getreide ist nicht grundsätzlich unbedingt auszuschließen. Also es gibt Werte, die tatsächlich eine Getreideempfindlichkeit haben, auch in Verbindungen mit Hautproblemen. Da sollte natürlich auf Getreide verzichtet werden. Aber grundsätzlich reicht es auch aus, wenn man moderate Getreidemengen wählt, einfach um den Stoffwechsel zu entlasten und weniger leicht verdauliche Kohlenhydrate zuzuführen. Eine Möglichkeit wäre auch die Stärke-Modifikation mit dem Karottenfermentat, wie wir das bei unseren Sankipolit-Produkten anwenden. Der Vorteil ist einerseits, dass wir durch die Behandlung der Getreideflocken mit dem Karottenfermentat die Stärke eben so modifizieren, dass sie nicht mehr so leicht verdaulich ist, beziehungsweise nicht mehr so leicht verfügbar ist. Das heißt, die Energie wird einerseits moderat freigesetzt. Es kommt zu einem geringeren Blutzuckeranstieg und zu einer geringeren Insulinausschüttung, weil es natürlich insgesamt auch wieder den Stoffwechsel schont. Und insgesamt kann man also eben durch diese Modifizierungen der Getreidestärke oder beziehungsweise insgesamt auch, wenn dann die Wahl von geringen Getreidemengen, dass man damit halt den gesamten Verdauungsvorgang, Darm- und Stoffwechsel eben schont. Mineralstoffe sind hier ein ganz wichtiger Punkt. Einerseits liefern Mineralstoffe, also Mengenelemente, aber vor allen Dingen die essentiellen Spurenelemente, liefern Co-Faktoren für den Entgiftungsvorgang. Das heißt, bestimmte essentielle Spurenelemente, Zink zum Beispiel jetzt, ist ein ganz wichtiger Faktor für den Entgiftungsvorgang. Wenn die Leber als Entgiftungsorgan nicht genügend dieser essentiellen Spurenelemente zur Verfügung hat, dann kann sie den Entgiftungsvorgang auch nicht adäquat leisten. Das heißt, sie geht natürlich zuerst an die Körperreserven, aber irgendwann ist einfach nicht mehr genug von diesen essentiellen Stoffen da. Das heißt, man muss natürlich darauf achten, dass hier die Versorgung immer genau richtig ist beziehungsweise in Zeiten eines höheren Bedarfs natürlich auch darüber liegt. Also mit anderen Worten, man hat oder jedes Pferd hat einen normalen, also in Anführungszeichen normalen täglichen Bedarf an Mineralstoffen insgesamt, aber es entsteht immer mal wieder ein Mehrbedarf. Typische Situationen hierfür ist der Fellwechsel oder erhöhte Leistung, Wachstum zum Beispiel, Krankheiten, also in denen auch natürlich der Genesungsprozess ein Mehr an Mineralstoffen abfragt und wie jetzt natürlich auch schon von meiner Kollegin angesprochen und Fokus am heutigen Abend, typisch Sommereczem, Parasitenbefall. Das sind alles so Situationen, wo der normale tägliche Bedarf nicht mehr gedeckt werden kann beziehungsweise wo eben ein Mehrbedarf besteht. Denn es geht über die Normalerhaltung oder die Funktionsaufrechterhaltung des Körpers hinaus. Hier wird einfach ein Mehr an Mineralstoffen benötigt und eben besonders die essentiellen Spurenelemente, wovon ich jetzt Zink ganz vorne anstellen möchte, da dieses nochmal gerade also für Immunsystem und auch das gesamte Hautgeschehen, die Hautgenesung, Hellhufe, dazu zählen natürlich auch besonders wichtig ist. Weitere sekundäre Pflanzenstoffe wären auf jeden Fall noch sinnvoll, in die Ration zu integrieren, wenn das nicht schon der Fall ist. Denn sekundäre Pflanzenstoffe haben viele verschiedene gute Eigenschaften. Ich habe jetzt hier Verdauungsförderung und Unterstützung der Leber natürlich. Als Punkte mal möchte ich die hervorheben. Einerseits Verdauungsförderung ist natürlich immer deswegen positiv, weil der Ursprung jeder Dysbalance beginnt im Darm. Das heißt, wenn die Verdauung nicht richtig funktioniert, dann sind Folgebeschwerden eigentlich schon vorprogrammiert. Von daher ist es auch wichtig, dass man die Verdauung nicht außer Acht lässt und mit sekundären Pflanzenstoffen kann man diese eben sehr gut unterstützen. Unterstützung der Leber. Bitterstoffe sind hier aufgeführt. Als Paradebeispiel ist die Artischocke. Die liefert eben Bitterstoffe für die Leber, um eben den Fettstoffwechsel zu unterstützen. Das ist gerade, wenn die Leber viel zu tun hat oder die Leberwerte schlecht sind, kann man hier mit diesen Bitterstoffen sehr gut helfen, da eben die Leber ja unter anderem nicht nur Entgiftungsfunktionen nachgeht, sondern auch für den Fettstoffwechsel maßgeblich entscheidend ist. Und hier kann man die Leber einfach entlassen, indem man ihr mit diesen Bitterstoffen oder mit diesen Bitterstoffen, die den Fettstoffwechsel unterstützt. Weitere Vitalstoffe sind auf jeden Fall auch sinnvoll, in die Ration zu integrieren. Es gibt verschiedenste Substanzen, mit denen man oder beziehungsweise Substanzen und Stoffe, mit denen man das Immunsystem stärken kann, den Zellschutz gewährleisten kann, also Antioxidantien, indem man die Zellen eben vor Schaden durch oxidative Stressoren bewahrt, Entzündungen regulieren, wenn man zum Beispiel an essentielle Fettsäuren denkt. Das alles sind Dinge, die man wirklich lohnend in die Ration integrieren kann und das Pferd ganzheitlich versorgen kann. Also ganz getreu dem Motto, ganzheitlich ernähren anstatt einseitig füttern. Ich würde jetzt hierzu gerne unsere Empfehlungen aussprechen. Wir haben eine sehr große Produktpalette, die im Prinzip genau auf dieses Schlussmotto der letzten Folie auszielt, nämlich die ganzheitliche Ernährung. Und hierzu möchte ich gerne ein paar Lösungsansätze vorstellen, was man eben machen kann, um die betroffenen Pferde, also mit Hautproblemen, Sommer, Eczema, Mauke, Parasitenbefall, wie man eben hier die Ration sinnvoll gestalten kann. Zum einen möchte ich hier unsere Hestamix-Serie vorstellen. Diese ist getreidehaltig, allerdings auch mit einem moderaten Getreidegehalt besonders hervorzuheben, ist hier auf jeden Fall die sehr, sehr hohe Mikronährstoffdichte, sodass man mit relativ überschaubaren Fütterungsmengen schon einen großen Nährstoffeintrag erzielen kann. Und dieses Futter ist eigentlich unser Paradebeispiel für die Spezialpferderassen, also seien es Isländer, Waldblutrassen, also Tinker oder auch Warmblutrassen, Friesen zum Beispiel, Spanier, Lusitanus. Also hier ist das im Prinzip unser Paradebeispiel, einfach weil es sich durch die hohen Nährstoffdichte auszeichnet. Und wir haben das in diesen drei verschiedenen Variationen, als Müsli, als Pellet, das ist das Klassik, und als Light Energy für die leichtfutterigen Kollegen unter den Pferden, eben in einer etwas, in Anführungszeichen, abgeschweckteren Version. Aber mikronährstoffreich ist hier auf jeden Fall das A und O bei den Produkten. Und das Hestamix steht absolut für diese hervorragenden Mikronährstoffdichte. Die nächsten Futtermittel, die ich Ihnen zeigen möchte, vorstellen möchte, sind eher für normal- bis schwerfutterige Pferde gedacht. Das heißt, Pferde, die Probleme mit Gewichtsverlust haben, dass man die eben schonend wieder auffüttern kann. Diese beiden Futtermittel sind komplett getreidefrei, sind sehr niedrig im Schwerke- und Zuckergehalt, sind also niederglykämisch und sind beide besonders magendarm schonend. Eignen sich also auch für Problempferde sehr gut, die Stoffwechselprobleme haben. Da sind diese beiden Futtermittel, das Reißlein auf Reißkleie-Basis und das Brandon XL auf Luzerne-Basis, sehr, sehr gut geeignet. Das nächste wäre unsere Glückswiese-Serie, auch komplett getreidefrei. Hier haben wir hervorragende Grundfutter-Alternativen, also auch Heualternativen in den Heukopps, also in den Glückswiese-Heukopps und den Glückswiese-Wiesentalern. Die zeichnen sich aus durch regionale Wiesengräse und Kräuter und die halt schonend Warmluft getrocknet wurden, gepresst wurden und mit Wasser anzureichern, sehr schmackhaft sind und sehr gut, also sowohl für leichtfuttrige Pferde in kleinen Mengen, aber auch durchaus für etwas schwerfuttrigere Pferde in größeren Mengen sehr gut einsetzbar sind. Die Wiesentaler bezeichnen sich hier dadurch aus, dass sie wie Flakes sind, kann man sagen, und die Einweichzeit einfach stark verkürzt ist. Das heißt, wenn es mal etwas schneller gehen muss, dann sind die Wiesentaler auf jeden Fall schneller einzureichen. Das nächste wäre die Seniorfaser, Glückswiese-Seniorfaser. Das ist ein Futtermittel, das relativ fein von der Struktur her ist. Wie der Name schon sagt, eignet es sich sehr gut für Senioren, die auch Zahnprobleme haben, aber auch, wie gesagt, bei Pferden mit Stoffwechsel oder Hautproblemen in dem Fall, hier kann wirklich schonend eine gute Faserquelle zugeführt werden. Zusegesetzt sind noch Öle dazu, die wiederum auch essentielle Fettsäuren für die entzündete Haut liefern. Das kann man also gut auch immer für leichtfuttrige oder auch für ältere Pferde einsetzen. Das Glückswiese-Müsli wäre der vierte Kandidat aus der Glückswiese-Serie. Hierbei handelt es sich um ein sehr faserreiches, auch komplett getreidefreies Müsli. Das sich noch mit Karottenanteilen und Kornblumenblüten und Leinsamen schmückt. Also mit anderen Worten, wir haben hier ein relativ schönes, buntes Futtermittel, extra für leichtfuttrige Pferde, die wie gesagt dann auch Probleme haben. Vielleicht dann, so kann man sie eben wunderbar auch schonend mit Krippenfutter versorgen, ohne die gestörte, irritierte Haut zu belasten, da diese Futtermittel eben besonders schonend für den Stoffwechsel und für das ganze Magen-Darm-Geschehen sind, sodass eben die Haut nicht noch mehr zu tun hat, sondern im Prinzip Beruhigung bekommt. Das nächste sind nochmal zwei, auch komplett getreidefreie Futtermittel, ebenfalls für leichtfuttrige Pferde. Aufgrund des niedrigen Energiegehaltes haben wir hier das Equigard Müsli. Das gibt es auch in pelletierter Version, das wäre das Klassik. Das Equigard zeichnet sich besonders durch das Vitalstoffreichtum aus. Es ist auch sehr faserhaltig, verfügt aber ebenso auch über wertvolle Ölsaaten. Und hier hat man auf jeden Fall auch ein Futter, das man mit gutem Gewissen auch leichtfuttrigen Pferden und auch Spezialrassen gut geben kann und trotzdem eine gute Mikronährstoffdichte dabei hat. Und für alle, die gerne mal eine warme Mahlzeit haben möchten oder ein bisschen Unterstützung bei der Verdauung brauchen, haben wir natürlich das getreidefreie Glücksmesch, das ich natürlich auch besonders bei Pferden anbiete, die eben mit Hautproblemen zu kämpfen haben. Auch die sollten nicht auf eine wohltuende, warme Mech-Mahlzeit verzichten müssen. Aber hier eben in getreidefreier und niederglückhemischer Form, so dass man zumindest keine Sorge haben muss, da, wie gesagt, das für den gesamten Stoffwechsel sehr schonend ist. Hier würde ich jetzt gerne auf die Zusatzfuttermittel eingehen, die wir anbieten. Und die sind natürlich jetzt genau abgestimmt auf unsere Thematik heute Abend. Deswegen würde ich gerne mit unseren Produkten beginnen, die eben auf die Gesundheit der Leber abzielen. Denn wie wir ja jetzt eben schon gehört haben, die Leber ist ja das eigentliche zentrale Entgiftungsorgan. Aber wenn die Leber überfordert ist, was zwar Gott sei Dank nicht so schnell passiert, weil sie wirklich Großartiges leistet, aber wenn eben bestimmte Nährstoffe fehlen, dann kann die Leber irgendwann die Entgiftungsfunktion einfach nicht mehr adäquat ausführen. Das heißt, wir haben dann das Problem, dass wir zum einen die Leber vor Schaden schützen müssen und wir müssen auch die Leberzellregeneration anregen. Und das können wir mit dem Equimet-Hepa machen. Das ist im Prinzip eine Leberkur, bestehend aus einer entsprechenden Nährstoffkombination, die eben genau auf diese Leberzellregeneration abzielt, mit Mariendistelsamen, die durch das darin enthaltene Silimarin die Leberzellregeneration fördert. Und enthalten ist auch die Artischocke, die eben mit den Bitterstoffen den Fettstoffwechsel unterstützt beziehungsweise für die Leber erleichtert. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Kur, wenn Leberprobleme vorliegen. Ganz wichtig als nächstes Produkt ist das Mikrovital, das hier tatsächlich dann jetzt auch zwei Funktionen erfüllt. Das Mikrovital ist ein sehr hochdosiertes, hochkonzentriertes Spurenelementprodukt, also ein richtiger Spurenelementbooster. Und das Besondere hier dran ist eben auch die organisch gebundene Form der Spurenelemente, um eben eine möglichst gute und hohe Bioverfügbarkeit gewährleisten zu können, damit man sich sicher sein kann, dass das, was ins Pferd soll, auch wirklich dort ankommt. Wir empfehlen auf jeden Fall, wenn die Leberkur nötig ist, also das Equimac-Hepa gegeben wird, dass das Mikrovital parallel dazu gegeben wird, da ja eben für den Entgiftungsvorgang diese Kurfaktoren, also in dem Fall essentielle Spurenelemente, dringend benötigt werden und einfach ein Defizit im Pferd vorliegt. Das bedeutet, diese beiden Produkte in Kombination unterstützen die Leber eben in ihrem Regenerierungsprozess. Das Mikrovital selber ist allerdings jetzt in dem Fall nicht nur als Begleiter für das Equimac-Hepa sinnvoll, sondern es ist gleichzeitig eben auch ein Spurenelementbooster, den man wunderbar im Fellwechsel einsetzen kann, weil da haben wir ja wieder einen wie vorher schon angesprochenen Nährbedarf an Mikronährstoffen. Und gerade wenn man weiß, man hat einen Eczema im Stall stehen, dann ist es immer auch sinnvoll, dass man das, wie gesagt, nicht nur im Fellwechsel, sondern vielleicht noch ein drittes oder viertes Mal im Jahr eine Kur mit dem Mikrovital macht, um wirklich sicher zu gehen, dass zumindest von innen schon mal alles bereit liegt an Mikronährstoffen, um im Pferd über diese Zeit zu helfen. Also dass man von innen das Bestmögliche macht, um die Hautbarriere-Funktion zu unterstützen und die Haut gesund zu erhalten. Die nächsten Produkte sind eben auch speziell auf die Haut abgezielt. Also die können natürlich noch einiges mehr, aber der Fokus liegt ja hier jetzt auf der Haut. Ich möchte hier allen voran das HESTA plus Zink erwähnen. Wie wir ja jetzt schon wissen, ist ja Zink ein ganz bestimmter Co-Faktor im Entgiftungsgestehen und auch ein ganz bestimmtes Spurenelement, was für die Gesundheit und die Aufrechterhaltung der Hautbarriere-Funktion nötig ist. Das heißt, wir haben hier ein Produkt, das wirklich ganz extrem hoch dosiert Zink enthält. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für Sommereczema, dass man dann vor dem Sommer nochmal, also bevor es mit der Insektenbelastung beginnt, dass man hier auf jeden Fall nochmal das HESTA plus Zink supplementiert, um gar nicht erst zu provozieren, dass es irgendwie in eine Unterversorgung kommen kann. Diese Pferde, wie ja eben auch schon angesprochen, die haben diesen Mehrbedarf. Da ist einfach quasi die normale tägliche Mineralstoffversorgung, die reicht hier einfach nicht mehr aus. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mehr supplementieren, um eben das Geschehen möglichst einzudämmen oder zumindest so gut es geht, die Haut zu unterstützen. Das Lamin-Pforte wäre noch ein Produkt, das sich sehr bewährt hat, wenn es um entzündliche Hautprozesse geht. Also seien es jetzt offene Stellen oder Schürfwunden oder Mauke auch ganz klassisch. Also entzündliche Hautprozesse, da kann man mit dem Lamin-Pforte sehr gut von innen helfen, da es eben Vitalität verleiht und das Immunsystem maßgeblich unterstützt. Also bei entzündlichen Hautprozessen an das Lamin-Pforte denken. Das Hippomon-Pforte, das wäre das nächste Produkt, was ich gerne vorstellen möchte, das auf das Immunsystem als solches abzielt. Es stärkt die Abwehrkräfte und es bietet halt ein großes Nährstoffspektrum eben zur Unterstützung des Immunzellwachstums. Und hier kann man mit dem Hippomon-Pforte auch nie was verkehrt machen. Es wird auch kurweise gegeben und dieses kann man zum Beispiel auch sehr gut in Zeiten höherer Belastung einsetzen. In dem Fall wäre das zum Beispiel, wenn die Insekten sehr anstrengend sind und das Pferd belasten oder eben in stressigen Situationen oder auch wenn bei einem Parasitenbefall kann man hier wie gesagt auch noch mal das Immunsystem gezielt unterstützen mit dem Hippomon-Pforte und der guten Nährstoffkombination dieses Produktes. Ich habe eben schon weitere Vitalstoffe angesprochen, die auch am Entzündungsgeschehen beteiligt sind und das sind allen voran die essentiellen Fettsäuren, also vor allen Dingen die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Omega-3 allen voran. Und diese sind halt sehr reichhaltig im Leinsamen beziehungsweise im Leinöl enthalten und deswegen möchte ich diese Produkte hier auch nicht vorenthalten. Der Linostar, das wäre der goldgelbe Leinsamen, der zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er in einem patentierten Verfahren ganz schonend angecrackt wurde. Das bedeutet, dass zwar die Schale noch so weit intakt ist, dass der Leinsamen vor Oxidation, also vor Verderb geschützt ist, aber durch dieses leichte Cracken entstehen ganz feine Mikrorisse im Leinsamen und die lassen eben sehr verlässlich die Schleimstoffe frei, die eben unter anderem auch der Verdauung zuträglich sind, also die Verdauung unterstützen und somit natürlich auch dem Pferd von daher dienlich sind. Aber in erster Linie geht es hier natürlich auch um die essentiellen Fettsäuren, die im Leinöl besonders sehr, sehr hoch konzentriert sind. Und auch in unserem Hippolinol, da haben wir eine Mischung aus sehr wertvollen pflanzlichen Ölen und eben auch ein besonderes Fettsäuremuster aufgestellt, was für das Pferd eben optimal ist. Von daher, diese beiden Produkte bieten sich auch wunderbar an, um eben das gesamte Hautgeschehen und auch das Fell zu unterstützen, zu pflegen. Und das ist halt grundsätzlich während des Fellwechsels oder halt gerade bei Pferden mit Sommereczem oder Parasitenbefall auch sehr sinnvoll, dass man hier eben mit diesen essentiellen Fettsäuren das Entzündungsgeschehen reguliert und dem Pferd Linderung verschafft. So, damit wäre ich auch schon am Ende mit dem Fütterungsteil des Seminars. Ein herzliches Dankeschön im Namen meiner Kollegin Katrin und mir, dass wir heute Abend den, also einen schönen Abend mit euch verbringen durften, dass wir euch ein bisschen was über die Hautprobleme beim Pferd näher bringen konnten und dass es halt, wie gesagt, wie meine Kollegin das sehr schön gezeigt hat, auch auf natürliche Art und Weise gehen kann, dass man das Pferd eben wunderbar pflegt und dass man mit entsprechenden Fütterungskonzepten auch von innen sehr gut unterstützen kann und eben auch die Basis legen kann für einen gesunden Organismus und eine gesunde Haut in dem Fall natürlich. Und an dieser Stelle bleibt mir erst mal nur noch zu wünschen, dass ihr alle eine sichere Zeit habt, dass ein hoffentlich nicht zu Insekten geplagter Sommer auf uns alle zukommt und wenn dem so sein sollte, dann wissen wir ja jetzt, wie wir unsere Pferde gezielt unterstützen und schützen können und wenn Fragen sind, gerne uns kontaktieren. Wir sind für euch da und für eure Pferde. War es das von unserer Seite für das heutige Online-Seminar. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wir wünschen euch jetzt einen schönen Abend und bleibt gesund und eure Pferde auch. Bis bald. Tschüss.